Das große Finale von Zero Escape 999. Wir sind durch die Tür 9 gekommen, was gar nicht die Tür 9 war, sondern einfach nur ein kleines Coup. Wo was halt quasi 27 war. Das heißt, wir konnten alle jetzt hier entkommen und jetzt sehen wir, wohin uns diese Treppe führt. Endlich. Reiß dich zusammen, du bist fast da. All right, ich werde es öffnen. Ja. Ja, wir sind endlich hier. Bitte, mach. Sicher, du siehst wie eine schwere, du siehst wie eine große schwere Tür aus, aber du bist das einzigste, was zwischen mir und meiner Freiheit steht. Aber noch viel wichtiger ist, dass du das einzigste zwischen mir und Akane bist. Du wirst öffnen und du wirst dich genau jetzt öffnen. Ich fühlte eine Hand auf meiner Schulter. Es war Aoi's. Ich war so glücklich. Ich fühlte mich, als könnte ich schmelzen. Mein Herz war in Frieden. Und nicht nur, weil mein Bruder und ich zusammen waren wieder. Dank dem großen Detektiv konnten alle neun gekidnappt, die neun, die gekidnappt wurden, endlich von der Gigantic fliehen. Im Horizont konnten wir, konnten wir das Schiff sehen, wie es sank. Es war endlich vorbei, oder war es das? War es das wirklich? Nein, das war falsch. Das war es noch nicht. Ich war mir sicher. Es war nicht das Ende. Es war erst der Anfang. Das war nur ein Prolog. Zu dem, was neun Jahre später passieren würde. Ja, endlich Luft. Verdammt, ist die Sonne hell. Ich kann kaum etwas sehen. Das heißt, ja, wir waren gar nicht auf einem Schiff. Ich muss zugeben, das sieht nicht wirklich aus wie... Warte. Du musst, du willst nicht verraten. Du musst, du willst nicht verraten. Das ist eine Wüste hier draußen mit Bergen um uns herum. Hallo, Sonne. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ich glaube, ich bin, ich bin noch nie so glücklich, einen Sonnenaufgang zu sehen. Habe ich gerade etwas fallen hören? Ja, ihr seid ja rausgekommen. Ja, stimmt, unsere Armbänder. Ich schätze, ich hatte noch nie eine gute Übersicht über die Unterseite von einem von diesen. Lass uns sehen, was in euch drin ist. Nur ein kleiner elektronischer Chip. Wie eine Automatkarte. Das war's. Da ist nichts anderes. Nichts, das irgendwie nach einem Zünder aussieht. Es gab nie einen Zünder. War ja klar. Schätze, ich muss ziemlich verrückt nach dem Mädchen sein, wenn ich schon ihre Stimme im Wind höre. Und dabei belassen sie es jetzt, oder wie? Ernsthaft? Dabei belasst ihr es? Puh, also das war jetzt gerade echt schwierig mit dem Ende, ne? Also ich meine, es macht schon irgendwo Sinn. Aber es war halt auf einmal sehr verwirrend alles. Also das auf jeden Fall. Hat das Spiel jetzt nicht unbedingt schlechter gemacht. Nur ich muss mich wahrscheinlich noch ein bisschen in die Story-Recap reinlesen. Um genau zu verstehen, was es eigentlich war. Was ich halt mitbekommen habe, ist halt, okay, wir konnten jetzt irgendwie mit Akane aus der Vergangenheit kommunizieren. Per diesen Dings, wo man Informationen übertragen konnte. Was ja da trainiert wurde, was ja dort versucht wurde in diesem Experiment. Es gibt auf jeden Fall noch zwei andere Teile, die werden wir auch noch spielen. Einmal Zero Escape 2 Virtues Last Reward. Das werde ich auf jeden Fall noch anfangen. Ich werde mal gucken, ob ich es durchspiele. Weil ich meine, an sich normalerweise schon. Es funktioniert genauso wie der erste Teil, dass man quasi jedes Ende spielen muss. Nur, dass es im zweiten Teil deutlich mehr Endings gibt. Wovon ich nicht mal weiß, wie viele Endings du brauchst. Weil da steht dran, dass es irgendwie zehn Endings gibt. Aber es gibt zusätzlich auch noch Bad Endings. Und ich habe keine Ahnung, ob man die auch noch braucht. Vermutlich aber. Ja, ich hoffe einfach mal, dass jedes Ende einfach wieder ganz unten angezeigt wird. Wie beim ersten Teil. Da wird man ja wissen, was die Endings sind. Nicht, dass es irgendwie mit dich irgendwann kommt. Und du irgendeine Entscheidung treffen musstest, wäre nämlich bescheuert. Weil das war in dem Spiel ja auch nicht so. Du musstest halt nur die Türen. Das waren halt immer deine Endings. Aber nie so eine andere Entscheidung. Oh. Bist du okay? Oh, komm mal. Das ist nichts. Wirklich? Ja. Du wirst nicht okay sehen. Es war am Ende der Grundschule. Jumpy und ich saßen nebeneinander auf einem kleinen Hügel und blickten über die Stadt. Als die Sonne langsam runterging. Wie sieht es dann? Er war halb seriös und halb... Um, well, let's see. Um, well, let's see. See? I told you, you're not okay. You're too reckless. You can't beat five eighth graders, Jumpy. That's crazy. Yeah, but I couldn't just stand there. I mean, don't you think so? I had to do something. I had to do something. I had to do something to do. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, but you could have sat in the passenger seat. Oh, hell no. There's no way I'm giving this seat up. And Clover, there's no need to slow down. The car Santa and June are in should be somewhere down this road ahead of us. Yeah, I saw some fresh tire tracks going out. There's no doubt about it. Then we've got to hurry if we want to catch them, don't we? Sure thing! It was a few hours ago, when we met the Junior High students. Hey! What the hell are you doing? Help me! Officer! Please! You have to come with me! You couldn't run away after you threw the kitty to me? Yeah, I guess I could... Then why didn't you? I didn't want to. I wanted to beat them up. Beat them up real good. Because of what they were doing to the kitty. Yeah, that too. But I think they were the ones behind those murders our first semester. Remember? Oh, you mean the bunnies? Yeah, the bunnies. They asked me what elementary school I was from, so I told them. And then they said they do the same thing to you that they did to the rabbits. I couldn't forgive them for that. So I... Hey, there's still some stuff I don't get. Well, I guess I should say Gitaro Hongo. Why did he create the Nonary Project? Anybody? Any ideas? Why did you ask him yourself? Well, I think he's still in the trunk, I assume? Yeah, he's still in the trunk. Yeah, he's still in the trunk. Seine Augen sehen einfach nur leer aus, keine Emotionen. Er sieht so aus, hätte er einfach aufgegeben. Ich frage mich, ob es ihn überhaupt interessiert, was noch passiert. Hey, hörst du zu uns? Ja, tu nur so, als hättest du das nicht, du alter Bastard. Tu mir mal das Tape von deinem Mund. Komm schon, ich weiß, du warst. Antwort mir. Ich... ich wollte nur die Gesichter sehen, die Gesichter Menschen, ich dachte. Ich dachte, wenn ich die Möglichkeit habe, die Möglichkeit zu erreichen, die Morphic-Field-Settung, dann könnte ich vielleicht... ich sehen die Gesichter sehen. Mit der Blick in die Leute, du kannst du verstehen, wie sie die Ausführungen von anderen. Das ist es? Ich glaube, das ist genug von dir, Kumpel. Zeit für das Tape. Okay, also was ist deine zweite Frage? Du sagst, es gab ein paar Dinge, die du nicht bekommen hast, nicht wahr? Meine nächste Frage hat wirklich nichts mit dir zu tun. Das ist für dich, Seven. Es geht um das ganze Alice. Was ist das Problem mit dem? Nun, ich habe neun Jahre vor, nachdem ich von der Gigantik ausgesucht habe. Ich habe immer nach Hongo auf meinem eigenen Weg. Aber dann bekam ich ihn, als er endlich aufgerissen hat. Und während meines Erachtens habe ich viel mehr über die Gigantik gelernt. Ich habe auch das gefunden, über Gordain und Alice. Du wirst nicht wirklich meine Frage antworten. War es eigentlich eine Frau, die nicht auf Ruhmtemperatur meldet? Scheint, als hätte Hongo etwas zu sagen. Was? Alice nicht existiert. Neun Jahre vorhin, ich habe eine Koffie von Alice hinter der Bibliothek auf dem Boden. Es gab nichts in es, aber die Koffie von einer wunderschönen Wunderschönen. Meine Forschung herauskommt, dass es ein Mitglied des Genus Madrigora, der Familie Solanaceae. Ich konnte einen bestimmten Alkaloid aus dem Boden erzeugen. Ich habe dieses Extract, um Soporin zu kreieren. Seine Koffie war ein enormes Wunderschönen für meine Firma. Und wir... Das ist für dich. Was ist das? Das ist für dich, Doll. Sein Name ist Junpei. Junpei. Ja, die Puppe, wo sie dann suchen gegangen ist. Junpei zog etwas aus seiner Tasche und schub seinen Arm zu mir hin. Reichte sein Arm zu mir hin. In seiner Hand war eine Puppe, die aus Wolle gemacht wurde, die klein genug war, um in seine Handschläche zu passen. Junpei, bist du sicher, dass es für dich ist, Doll? Huh? Ja, die Frau in der Koffie gesagt hat, also das bedeutet, dass es für dich ist, richtig? Ich... ähm... bist du sicher, dass es nicht eine Voodoo Doll ist? Wait, was? Das... oh, man. Oh, man. Well, it sure looks like a Voodoo Doll. I mean, you do know what a Voodoo Doll is used for, right? Ja, I guess calling it Junpei isn't a very good idea, then. Why are you giving me this, anyway? It just seems really sudden. Uh, well, um, you know how after June, um, we aren't gonna get to see each other too much? I mean, we're gonna be in different schools, and I just thought I'd, uh, you know, um... Oh, okay, well, how about we call it June, then? Okay. So, uh, I wanted to give you this. Haha, you sound like some sort of tribal chief in a bad movie. Haha, uh, yes. I, head of tribe. This doll, traditional charm of tribe. Hahaha. So, I give this. It me. So, we always... together. Oh, jumpy. If something bad, then hold and pray. I go, wherever you are. So, here. Take. Thank you. Thank you so much, jumpy. Oh, jumpy. I'll never forget you. I promise. Jumpy saw, genau in my eyes, and said only five words. I'll never forget you either. Wir saßen im Sonnenlicht. Im warmen Licht des Abends. Nur wir zwei aneinander gelehnt. Schulter zu Schulter. Die Sonne... Die Sonne ging und wir waren immer noch nicht weg. Wir... Wir schauten leise, als die Dunkelheit sich weiter ausbreitete. Und die Lichter der Stadt anging. Da gibt es immer noch eine Sache, die ich nicht verstehe. Um ehrlich zu sein, es ist das größte Mysterium, soviel ich denken kann. Und auch... Und auch das einzigste, das wirklich wichtig ist. Es hat mit June und Naikane zu tun. Vor neun Jahren starb sie im Incinerator auf der Gigantic. Aber sie ist immer noch am Leben als June. Aber wie? War es, weil ich... Im Morphic Field Set... ihr sie gerettet habe vor neun Jahren? Alles klar. Sagen wir einfach mal, es macht... ein klein bisschen Sinn. Wenn ich das tat, dann... Wie... macht das dann... Wie stimmt das dann mit dem, an das sich Seven erinnert, überein? Snake macht... Snake macht Sinn. Er ist blind. Er konnte ihre Leiche nicht sehen. Aber Seven... Er sagte, er war sicher, dass er es sah. Bedeutet das, dass es... Dass es eine... Dass irgendwie die Geschichte verändert wurde? Oder warte. Sagen wir auch. Was... Hm? Wer zum Geier ist das? Die heiße Nevada-Sonne strahlte auch mal auf ihren Kopf. Dort stand eine Frau mit ihrem Arm ausgestreckt und einem Daumen nach hoch zeigend. Es würde nicht lange dauern, bis es schon realisiert wäre, wer sie ist. Alice, oder? Alice? Das war doch Alice, oder? Ja klar, die wird ja nicht älter, ne? Das wurde doch irgendwie gesagt, dass die für immer so schön bleibt. Okay, what the fuck? Und sie ist jetzt hier. Okay. Interesting. Fucking interesting. Und das war's. Zero Escape 999. Also Zero Escape Volume 1 heißt es ja sogar. Ja genau, jetzt wird auch das Coffin-Ending angezeigt. Das ist ja pretty much dasselbe wie halt das True Ending, nur halt... Oh, leck mich am Arsch! Ja, ich wollte gerade sagen, das macht ja gar keinen Sinn, wenn hier nur ein Punkt angezeigt wird. Ja, das Coffin-Ending, das wird quasi freigeschaltet, wenn du alles gemacht hast, also quasi hier Bookmark gemacht hast, dann hier das mit Alice herausgefunden hättest. Also generell eigentlich alles gemacht hast, nur das Save-Ende noch nicht. Dann bekommst du das Coffin-Ende. Das ist... Also das Coffin-Ende ist quasi nur so ein To Be Continued. Das heißt, wer also quasi hier, irgendwie glaube ich, der Sarcote gezeigt, wo Snake drin ist, auf einmal steht einfach To Be Continued. Und es geht nicht weiter. Bis du das Save-Ende hast. Und dann geht's hier weiter. Leck mich am Arsch! Das ist ja ziemlich lang hier gewesen. Ja, aber ich fand das Spiel echt cool. Ich mag's wahrscheinlich sogar mehr als Dank an Rompa, auch wenn das jetzt am Ende ein bisschen komisch war. Aber wahrscheinlich, vielleicht werden diese Fragen ja in den Nachfolgen aufgeklärt, weil das sind ja wirklich Sequels, also nicht andere Storys. Also ich mach... Das sind, glaube ich, andere Casts. Es ist halt auch in dem Sinne wie Dank an Rompa, dass es halt in jedem Spiel einen anderen Cast hat. Aber es ist an sich schon die gleiche Story irgendwo. Oder halt schon eine Fortsetzung. Ja. Auf jeden Fall spielen wir das als nächstes. Ich weiß nicht, wann das kommt. Sicherlich bald. Aber ja, haltet einfach die Augen offen. Es wird auf jeden Fall kommen. Virtuous Last Reward. Dann werde ich gucken, ob ich das auch durchspiele. Wenn dann kommt auf jeden Fall auch noch der dritte Teil. Den muss ich mal noch kaufen, weil ich habe lange Zeit nicht mal gewusst, dass es den hier gibt. Zero Time Dilemma. Heißt das zweite, dritte Teil. Ich habe nur gesehen, dass es die ersten zwei als Remaster Collection hier gibt. Aber ich wusste gleich, dass es den dritten Teil gibt. Das habe ich jetzt auf jeden Fall vor ein paar Tagen nachgesehen. Und ja, deswegen werden wir alle drei spielen. Auch wenn der dritte Teil nicht so gut sein soll. Aber egal, davon lasse ich mich jetzt nicht beeinflussen. Ja, auf jeden Fall. Das war Zero Escape 1. 999. Hat mir auf jeden Fall sehr viel gefallen. Die Story war sehr cool. Wie schon gesagt, am Anfang ein bisschen verwirrend zu verstehen. Aber sonst im Allgemeinen war die echt cool. Mal gucken, wie diese ganze Story weitergeht im zweiten Teil. Und bis dann und ciao.